So Leute, da bin ich mal wieder. Ihr habt es eben schon gesehen, ich habe für euch das neue Mode hochgeladen, was heute Nacht quasi in den Shop reinkommen wird. Und wie ihr am Thumb-Mail und am Titel schon gesehen habt, es gibt neue Infos, was das nächste Crew-Paket betrifft. Dazu gehen wir erstmal auf das Bild ein, was Fortnite selbst gerade hochgeladen hat vor einer halben Stunde. Das ist das hier. Wir bekommen also diesen Monat für das Crew-Paket so einiges. Erstmal natürlich der Skin, der sieht richtig nice aus, gerade mit der Pickaxe. Es ist ein kranker Skin. Aber gehen wir mal wirklich genau drauf ein, was alles genau kommen wird. Und zwar, wir bekommen das Outfit, dann Alt-Styles und komplettes Set, also den Skin halt komplett. Da gibt es wahrscheinlich noch einen anderen Stil anscheinend. So, dann bekommen wir noch den Ladebildschirm dazu, der wird wahrscheinlich auch mit ihm zu tun haben. Dann bekommen wir noch den 1000 V-Bucks. Dann solltet ihr noch nicht den Battle Pass haben, bekommt ihr natürlich auch noch den Battle Pass dazu. So, jetzt kommt für die, die noch kein Rette-die-Welt haben, bekommen diesen Monat dann auch noch Rette-die-Welt dazu. Und noch zusätzlich einen Ninja-Klassik-Held plus drei Monate Spotify kostenlos dazu. Also ich weiß auch nicht, aber das ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Also diesen Monat sich das Crew-Paket zu holen, lohnt sich auf jeden Fall, ich würde sagen, dreimal so viel als sonst. Natürlich, alle die, die den Battle Pass nicht haben, bekommen den Battle Pass nicht, kriegen auch keine Entschädigung. Ich weiß, du hast auch immer reingeschrieben, dass dein Bruder irgendwie die V-Bucks bekommt, aber ich kann dir sagen, bei mir ist das nicht so. Ich bekomme den Battle Pass, einmal 1000 V-Bucks und das war's eigentlich. Und dann halt, wenn ich bezahlt habe, wieder 1000 V-Bucks. Also ich weiß nicht, wie das bei den meisten so ist, aber so läuft das Ganze halt bei mir ab. Sollte halt, wie gesagt, nur ein kurzes Infovideo sein. Wie gesagt, wir bekommen den Skin, dann noch ein Steel dazu, plus Pickaxe, hast du nicht gesehen. Dann noch ein Ladebildschirm, 1000 V-Bucks, wer den Battle Pass noch nicht hat, bekommt den Battle Pass auch noch gratis dazu. Dann noch Rette-die-Welt, in Rette-die-Welt selber bekommt ihr noch einen Klinia-Skin. Ich weiß gerade echt nicht, wer Deimos ist. Also ich schätze mal, schleude ab und hand, ihr werdet wissen, wer das ist, denke ich mal. Ich hoffe einfach mal auf euch. Und halt, 3 Monate Spotify Premium kostenlos für neue Spotify-Mitglieder. Wenn ihr einen Spotify-Account habt, könnt ihr den trotzdem nutzen. Allerdings darf der vorher noch nie Premium gehabt haben. Also so war jedenfalls der Stand der Dinge vor einer Woche oder zwei, wo ich das Video hochgeladen habe. Einfach mal das Spotify-Video gucken, wo ich dann quasi, welches Skin war da drauf? Da war der letzte Kuh-Skin drauf. Da einfach das Video angucken, da bin ich auf alles näher eingegangen. Sollte nur ein kleines Infovideo sein, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Vergesst nicht bitte ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.